Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen beim zweiten der vier ausgepickten Steam kostenlosen Indie-Games, auf die ich mächtig Bock habe, und zwar Iron Snout. Und ein Spiel über ein süßes kleines Schweinchen, das sich durch Button-Mashing, Fighting, Beat'em'up Mechanics scheinbar gegen ganz viele süße, aber verdammt gefährliche Wölfe etc. durchschlagen muss. So grob war die Beschreibung. Und das scheinbar ridiculously brutal. Und ja, scheinbar Betrievance-mäßig. Und man kann die Körperteile benutzen, um zu campen und so. Und das gibt's schon auch auf dem Phone, wie ich sehe. Und es gibt sogar eine richtig kranke Bestenliste hier. Und ja, schauen wir doch mal eben, was das Spiel so aufhört. Aber ich hab Bock drauf. Blood on Sound klingt soweit ganz gut. Musik kann etwas mehr.